Am 28. September entscheidet Ihre Stimme. Wer mich kennt, weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Ich werde Ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber ich werde mich mit voller Kraft und Leidenschaft für unser liebens- und lebenswertes Tam einsetzen. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen am 28. September.